In diesem Video zeige ich dir drei ganz schnelle und einfache Bastelideen für weihnachtliche Deko bzw. kleine Geschenke mit Sternchen. Viel Spaß! Du benötigst Wäscheklammern, Stecknadeln oder Stoffklammern, Garn, Snap-Up-Effekt oder ein ähnliches Material, Klebe, Gummiband und einen Sternstanzer. Du kannst alternativ auch eine Schablone anfertigen und die Sterne selbst ausschneiden. Ich verlinke dir aber den Sternstanzer, den ich habe, in der Infobox und in der Materialliste auf meinem Blog. Fürs erste DIY stanzst du dir viele Sternchen aus, zum Beispiel in Gold und Silber, das passt besonders gut in die Weihnachtszeit und strahlt auch in anderen Zeiten sofort etwas Festliches aus. Die Sternchen werden nun mit der Nähmaschine verbunden. Lasse dafür den Anfangsfaden etwas länger als gewöhnlich. Nähe jeweils von der linken bis zur rechten Spitze über den Stern. Zwischen den Sternen kannst du einfach in der Luft nähen. Ich habe mir gemerkt, wie viele Stiche ich zwischen den einzelnen Sternen gelassen habe und die silbernen und goldenen Sterne abwechselnd vernäht. Am Ende den Faden wieder lang rausziehen. Und schon ist die kleine Sternchengelande fertig. Dadurch, dass diese Deko kaum etwas wiegt, kannst du sie sogar mit Washi-Tape befestigen. Somit lässt sich die Sternchengelande ganz einfach überall auch mal schnell anbringen und auch wieder schnell ablösen. Die zweite Idee ist ein Sternchen-Lesezeichen. Wahrscheinlich musst du dich ein bisschen entscheiden, ob es eher für ein dickeres Buch oder ein schmales Taschenbuch sein soll. Oder du machst gleich zwei in verschiedenen Größen. Nimm dein Buch und lege das Gummiband locker um den vorderen Umschlag. Füge circa zwei Zentimeter hinzu und schneide dir dann das Stück ab. Überlappe die zwei Zentimeter und vernähe in der Mitte dieser Nahtzugabe das Gummi mit einem Zickzackstich. Der Stich sollte aber nur auf einem kleinen Stück, zum Beispiel einem Zentimeter, zu sehen sein. Bereite dir zwei gleich große Sterne aus Snap-App vor. Schneide die überstehenden Enden vom Gummi knapp runter. Lege einen der Sterne mit der schönen Seite nach unten und genau da drauf die vernähte Stelle vom Gummiband. Klebe das Gummi an dieser Stelle schon mal fest. Jetzt klebst du den zweiten Stern oben genau da drauf. Bis die Klebe getrocknet ist, kannst du die Sternenspitzen zwischen Wäscheklammern stecken. Die Klammern sollten keine Zähnchen oder Riffel haben, deswegen kann man zum Beispiel keine Stoffklammern verwenden. Und schon ist das Lesezeichen fertig. Das Gute an diesem Lesezeichen ist, dass es nicht einfach aus dem Buch fallen kann, wenn man das Buch zum Beispiel unterwegs dabei hat. Außerdem könnte man so auch ein sehr hübsches Haarband für Kinder machen, vielleicht sogar mit ein paar mehr Sternchen. Für die dritte Idee schneidest du ein rechteckiges Stück mit den Maßen 7 x 18 cm von der glänzenden Pappe aus. Markiere dir in etwa die Hälfte der Länge und der Breite auf der Rückseite. Nun kannst du einen der Sterne als Schablone benutzen. Lege ihn auf die gewünschte Stelle und zeichne dir die Form einmal mit einem Stift nach. Steche in gleichmäßigen Abständen die Form, zum Beispiel mit einer dickeren Nadel nach. Die Abstände sollten relativ klein sein, aber natürlich nicht so nah, dass das Material einreißen würde. Damit die Löcher nicht zu klein sind und vor allem auch nicht nach außen, sondern nach innen stehen, stichst du nun alle Löcher nochmal von außen mit einer dickeren Nadel oder Aale nach. Klebe den Streifen an der schmalen Stelle zusammen und lasse ihn auch wieder einige Zeit trocknen. Und fertig sind die hübschen Teelichthalter, die nicht nur bei Licht glänzend aussehen, sondern ganz besonders bei Dunkelheit. Ich hoffe, diese Ideen haben dir gefallen. Schreib mir gerne in die Kommentare, welches der DIYs dir am besten gefällt und auch, wie du deine Wohnung für die Weihnachtszeit dekorierst. Ich bin gespannt. Ich freue mich, wenn du bei meinem nächsten Video auch wieder dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Um keine neuen Videos oder Anleitungen zu verpassen, abonnier den Channel. Du kannst DIY-Mode auch per Newsletter abonnieren, dann bekommst du E-Mail-Post, wenn es Neuigkeiten gibt. Falls du noch gar nicht alle Videos kennst, dann stöber doch mal in meiner Playlist oder schau dir das Video hier unten ganz speziell für dich an. Viel Spaß!